Ein neuer Star. Oh, pardon. Das ist der neue Star im Aquarium. Gestern noch im Mittelmeer, heute schon an der Pleiße. Der Krake. Achtarmiger Charmeur aus Bella Italia. Das ist immer ein Highlight, ein Oktopus. Hat sehr gute Augen, die brauchen sich vor einem Wirbeltierauge nicht zu verstecken. Ist sehr intelligent, sehr neugierig. Und der spielt eben gerne mit Gegenständen. Also das sind eigentlich Dinge, die man von einem wirbellosen Tier nicht erwarten würde. Und das macht es so faszinierend. Vorschusslorbeeren? Oder was hat der kleine Italiener, was andere nicht haben? Am Tag zuvor. In der Tierklinik wartet eine Dauerpatientin. Bennet Känguru Ellis. Hat eine Entzündung in der Maulhöhle. Professor Eulenberger will sie untersuchen. Seit zwei Monaten immer das gleiche Spiel. Fast schon Routine, oder? Oh, die ist genau in den Schwanz gegangen. Der wedelnde Schwanz. Ellis, was nach Großen angeht, wohl eher alter Hase als junges Känguru. Kommt vor. Beim Wegspringen hat die den Schwanz genau in die Flugbahn geschaukelt. Ziemlich clever. Ist noch gefüllt. Müssen wir nochmal ran. Die Weiber wird das sicherlich nicht schaffen. Vorher weggesprungen, die Spritze ist dort hingegangen, wo sie mal saß. Doch dann, eine Überraschung. Ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Jetzt kannst du wieder aufziehen. Ach nee, die habe ich doch getroffen. Die leerte Spritze war auch tief zurückgeschoben. Da müsste sie gleich schlafen. Das ist so schnell abgefallen, dass man gedacht hat, das ist daneben gegangen. Rasante Spritze oder Ellis' neueste Kuh? Abwarten. Zurzeit ist es unsere Sorgenkind. Na ja, eigentlich haben wir von der letzten Befundung her angenommen, dass wir sie heute entlassen können. Wieder in die Gruppe zurückgeben. Da geht es hier zwar nicht schlecht, aber wir sind immer allein. Aber wenn ich das sehe von Ferne, dass der Unterkiefer doch ziemlich geschwollen erscheint, dann bin ich nicht so sicher, ob wir das machen können. Aber genauer können wir das sehen, wenn sie dann auf dem Tisch liegen. Aber so kann sie nicht auf den Tisch. Also ich glaube doch, dass die Spritze ganz schnell abgefallen ist und das Medikament in die Einstürge gegangen ist. Wahrscheinlich ist es so, die hat ganz kurz gesteckt. Sie war ja tief drin, wie wir gesehen haben, aber durch das Hochspringen in dem Moment ist sie sofort rausgefallen. Und dann hat sie sich ins Stroh entleert. Deswegen erklärt sich auch, weshalb wir gedacht haben, wir haben gar nicht getroffen. Was jetzt? Getroffen oder nicht? Ja, ein bisschen beruhigt ist er, aber das ist wahrscheinlich nur ganz wenig reingegangen. Ich denke, wir müssen noch eine neue Ladung zusammenstellen. Die dritte Ladung. Die hat ja zeigt eigentlich gar keine Wirkung. Der Professor. Heute etwa wirkungslos? Bei den Eseln grau. Doch das könnte sich gleich ändern mit einem spannenden Fußballspiel. Die wissen schon, dass jetzt was ganz Tolles passieren wird. Ich habe also jetzt hier einen ganz brandneuen Ferkelbeschäftigungsball. Den wollen wir jetzt mal bei unseren Eseln ausprobieren, ob die damit auch spielen. Mit dem Hintergedanke, dass wir dann heute Abend den wieder abholen und unserem Matadi zum Spielen geben. Da ist also noch ein bisschen Eselgeruch mit dran. So, na dann, Jude, mach mal. Emil, komm. Anstoß. Emil defensiv. Es mangelt noch an der richtigen Spielidee. Jetzt. Weiter Pass über rechts. Ich glaube, er hat mehr Angst. Emil läuft an. Doch der Ball im Haus. Ich denke, wir lassen ihn einfach mal ruhig liegen, den Ball. Und da kann er sich das dann in Ruhe mal angucken. Und wenn er dann merkt, dass das Ding nicht gefährlich ist, wird er bestimmt noch ein bisschen damit spielen. Vielleicht. Auswechseln geht nicht. Alice im Visier. Der Treffer. Einfach umwerfend. Als erstes Gewichtskontrolle. So, stünde da weit. Hat sie 400 Gramm zugenommen. Das ist gut. Wunderbar. Hat zugenommen. Ja, der hat also jetzt, beim letzten Mal hat sie 8 Kilo gewogen und jetzt wiegt sie 8,4. Also hat sie zugenommen. Das ist ein gutes Zeichen. Hat sie alles so gefressen. Den Kot abgesetzt. Wir sind zufrieden. Erstmal mit dem Gewicht. Doch der eigentliche Wundepunkt ist im Maul. So, meine Kleine. Machen wir es mal ein bisschen dunkel. So, jetzt die Maulheile. So, wie es da aussieht. Na ja, da ist schon noch ein bisschen Entsündung drin. Ja. Das riecht doch noch. Ursachenforschung. Kommt denn der Geruch bloß nachher? Ja, ich höre nicht. Hier ist ja gar nicht so groß. Oder die hat generell Mundgeruch. Das dürfte nicht so riechen, he? Da tut was weh. Irgendwie sitzt das in dem Bereich der Schneidezähne drin. Das hat man eigentlich sonst nie. Das sind beide Schneidezähne im Ansatz nicht in Ordnung. Der Professor. Auch als Zahnarzt gefragt. Zum Beispiel. Mach mal gut. Gut? Sag ich mal, der Kamilla. Na gut, mach ich das weg. Ja, mach nochmal. Alice Krankheit viel langwieriger als erwartet. Das Känguru bleibt ein Sorgenkind. Ja, wir können im Prinzip nur weiter lokal behandeln und auf die Zeit und die eigene Abwehrkraft des Tieres hoffen. Ich würde sagen, wir lassen sie lieber noch hier. Jetzt haben wir sie besser unter Kontrolle und wir müssen sie auch sicherlich nochmal in der Kose behandeln. Man muss es doch noch ein bisschen bleiben. Und so schlecht hat es es doch nicht bei uns. Man sieht ja die Frist gut. Das Einzige, was natürlich fehlt, natürlich ihre Artgenossen fehlen ihr schon, denke ich mir. Hier braucht es Geduld. Doch auf den Professor wartet schon der nächste Patient. Christina schwindt in den Fluten. Für die tropischen Witwenpfeifgänse wird es draußen zu kalt. Sie müssen ihren Sommersitz räumen. Hupala. Hier liegt ein Ast. Das ist schon mal scheiße. Die alten Möbel fliegen raus. Nichts soll dem Umzug im Wege stehen. Nein, ich habe geguckt, wo wir langlaufen müssen, dass keine Stolper fallen sind. Weil wenn wir hier, wenn das voll läuft, dann ist es schwierig raus zu kommen. Die Umzugshelfer wassert dich. Genau wie der Plan. Dann gehen wir zu viert ins Wasser, holen die erstmal dort ab und treiben die so in die Richtung. Und kistenmäßig könnt ihr euch alles einpacken, müsst ihr nicht sortieren, nur so viel, wie er reinpasst halt. Genau, den Rest verteilen wir dann mal. Also, dann wird jetzt erstmal alles, ja? Mit einem Pfeifgänse. Das sind die mit dem weißen Kopf, also nicht die Orangen mit dem weißen Kopf, sondern die alle gleich aus dem weißen Kopf. Ja, klar. Das heißt, die Betreibung. Die Teichbewohner mit Heimvorteil. Die sind ins Haus auch überlegen. Ja, das ist immer das Schwierige. Also, die sind ja nur, es ist halt ein Jahr hier auf dem Teich unterwegs und wir immer nur zum Nistkästen bestücken und fangen. Deswegen sind die klar im Vorteil. Aber wir werden sie überlassen. Ein hochmotiviertes Team. Nee, bei dir passt es eigentlich. Nee, es geht. Du kannst dort hier gleich lang gehen, ich gehe durch die Mitte. Eine komplizierte Aufgabe. In Ruhe, in Ruhe, in Ruhe. In der Ruhe liegt die Kraft. Eine aktuelle Meldung aus dem Tierkindergarten. Der Spielstand. Nach mehreren Stunden. Null zu Null. Ruhig ist es auch bei den Tigern. Vor und hinter den Kulissen. Noch. Ein gezielter Schuss. Und Tiger Mischa wird von Professor Eulenberger vorübergehend außer Kraft gesetzt. Ja, wir haben den Mischa vor fünf Wochen schon mal wegen eines Absesses an der Tatze operieren müssen. Aber die Tiere kann man halt nicht jeden Tag behandeln. Und nachdem es eine ganze Zeit lang recht gut aussah, ist die Tatze wieder angeschwollen. Und da müssen wir halt nachsehen, was denn geworden ist. Der Kater hat Schmerzen. Beim Laufen. Noch. Deshalb soll seine Pfote heute nochmal ganz genau unter die Lupe genommen werden. Hier muss geschnitten werden. Auch hier wird's brennt. Die Enten umzingelt. Alle in von der Kiste, die lassen einladen. Warte mal. Warte mal, Danny, warte mal. Rutsch mal ein bisschen nachlässlich, dass sie nicht hier durchkommen. Nimm mal, warte, welche ist dein Köscher. Kein Zurück mehr. Schüss, alle in der Kiste. Die Umzugskisten, in aller Ruhe gefüllt. Achtung. Und Resümee. Sieh den Triumph in meinen Augen, oder? Verdient. Sehr schön. Ja, und man lernt ja aus, verschiedene Aktionen. Aber jetzt, schnell ins Warme. Meldepflicht für 19 neue Mieter. 12, 05, 175. Eine WG mit vier Pfeifgansarten. Die müssen sich jetzt den ganzen Winter über vertragen. Die Esel. Auf der Bank. Kann natürlich auch sein, er bräuchte eine längere Gewöhnungszeit. Wenn man den jetzt eine Woche drin liegen lassen würde, würde er vielleicht sich irgendwann überwinden, damit zu spielen. Na, diese Partie endet torlos. Der Eimer ist auch fein, ne? Das ist nur ein Eimer, da ist nichts drin. Das ist nur ein Eimer. Daneben liegt das Spielzeug. Naja, es war mal ein Versuch wert, aber scheinbar wirklich nicht so euer Fall. Der Emil hat ja vorhin mal dran rumgelegt. Und das ganze Gehege hier riecht ja auch nach Esel. Das werden die Löwen schon erschnüppeln können. Der Ball rollt weiter. Wenn ihr nicht wollt, ne? Kriegt den jetzt der Matadi. Naja. Ihr seid trotzdem zwei Kote, ne? Nach Afrika. Das geht jetzt los. Da klopfen sie schon, da wollen wir sie mal reinlassen. Matadi, ein guter Mittelstürmer. Mischas Pfote. Verheitert. Also es ist zumindest eine neue Stelle, wo das durchbricht. Also sicherlich der gleiche Prozess, der sich aber in der Tiefe auch verbreitert hat. Und jetzt an einer anderen Stelle durchgebrochen ist. Warte mal, da mach ich mal noch ein bisschen was drauf. Warte, dann haben wir das da. Tiefenprüfung. Der Professor versucht das jetzt irgendwie eine Verbindung zu schaffen, dass da ein Durchgang ist, dass es ablaufen kann. Und dann packen wir dann noch so ein Tränen rein, mit Antibiotika befeuchtet. Und so, dass es dann vielleicht abheilt. Das Durchfädeln hab ich nicht. Das ist schwierig. Ich hab lange keine Socken gestopft. Ich hab auch nicht. So, mal sehen. Mit Nadel und Faden. Gegen Bakterien. Und zum Schluss noch heilende Salbe. Das wird er nicht lange dran lassen. Aber vielleicht leckt er sich da noch ein bisschen in die Tiefe. So, gut. Das wärs erstmal. Kann man jetzt nochmal durchknöddeln. Dann der Muntermacher. Dann gibst du schon sachte Antibiotika. Ich geh jetzt langsam das Antibiotika. Raum verlassen. Ach so, raus. Da kann gleich ausstehen. Von uns fressen. Der Patient braucht Ruhe. Es sah nicht so schlecht aus wie erst befürchtet. Aber das ist irgendwo ein chronischer Herd, den wir hoffentlich jetzt erreicht haben. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Man kann ja nicht die ganze Pfote aufschneiden. Müssen wir abwarten. Ich hoffe, dass wir die Drainage und die Wunde eine Zeit lang offen halten. Solange bis der Heilungsprozess abgeschlossen ist. Die Antibiotika sollen helfen, die wir noch gegeben haben. Ja, ansonsten bleibt noch ein bisschen Hoffnung, die wir einbringen müssen. Ja. Hoffen wir. Ein Hauch von Esel. Inspiriert Ballkünstler Matadi zu einer ganz neuen Spielweise. Was denn jetzt? Das nimmst du aber jetzt nicht mit rüber. Das kann ja wohl nicht wahr sein, he? Dein Matadi, das ist eh noch. Schauen wir mal, was treibt er denn? Ja, jetzt wird er gelocht, natürlich. Die Taktik. Ungewöhnlich, aber effektiv. Haben wir zumindest bei unserem Matadi ein Erfolgserlebnis. Wenn der Esel schon nicht mit dem Ball spielen will, Matadi will. Der findet den ganz klasse. Zum Anbeißen. Der ist so ein feiner Junge. Kommst du noch mal rüber zu holen, soll das ganze brav von dir. Die Taktik. Die Taktik. Die Taktik. Die Taktik. Die Taktik. Die Taktik. Hier ist Fußball noch eine Männerdomäne. Sie spielt auch ganz gern damit, aber sie kommt eben meistens nicht so gut dran, weil der Matadi sich den erst mal sichert. Und jetzt mit dem Eselgeruch ist es natürlich noch leckerer. Schöner kann man seine Sportbegeisterung nicht ausdrücken. Nicht nur manches Tier ist nachtaktiv. Heiko Schäfer und Fabian Schmidt bringen wertvolle Fracht. Fürs Aquarium. Faszinierendes Leben aus dem Mittelmeer. Erste Bekanntschaft mit Leipziger Gewässern. Ich lasse jetzt langsam Wasser von dem Becken, wo sie reinkommen, in das Wasser, in das Transportwasser rein. Um die Tiere langsam an das neue Wasser zu gewöhnen. Doch sie sind nur das Gefolge des eigentlichen Stars. Gucken wir mal auf eine Spezi. Ciao, bello. Das ist der Oktopus. Das ist der Kraken. Kraken sind sehr intelligente Tiere. Ja. Denn noch sind nicht alle Neuen gelandet. So. Jetzt kommen die Pinguine. Aus Stuttgart. Die Pinguine. Vom Rosenstein zum Rosenthal. Ja, Jungs, geht kurz. Hier ist doch noch schön. Das ist in der blöden Kiste. So. Nee. Du bleibst hier. Das ist mein Schuh. Hey, nicht so frech. Komm. Die erste Nacht im noch fremden Bett. So. Den Fisch fahrst du mit rüber, ne? Genug in fremden Revieren gewildert. Ja. Inzwischen Vorbereitungen für den ersten großen Auftritt des Kraken. So. Schön. Damit sind die intelligentesten Tiere nicht mehr im Pongoland, sondern wieder bei uns. Genau. Dieser Krake kann den Affen das Wasser reichen. Am nächsten Morgen im kleinen Flugkäfig. Das Pärchen der Wollhalsstörche wohnt nebenan im Warmen. Doch es gibt Probleme. Dieter hat den Professor gerufen. Und zwar ist es der Rechter, das Menschen. Das Menschen, ja. Ja. Du weißt, wie das ist immer, wenn man den Moment in dieses Tier beobachtet. Da reißen sie sich dermaßen zusammen. Und da merkt man dann auch nicht groß was. Aber so in Ruhe, wenn ich so komme, dann merke ich irgendwie, es sollte einfach der Tierarzt mal begutachten. Da ist irgendwas nicht ganz so tot. Die Tür mit feinem Gespür für die Vögel. Na ja, wenn man so tagtäglich mit den Tieren hier zu tun hat, man merkt das einfach, sagen wir mal, der erste Eindruck ist immer der wichtigste. Und das ist die Vitalität. Und die ist einfach bei ihnen etwas eingeschränkt gegenüber den Weibchen. Die ist da viel vitaler, viel lebhafter, viel agiler. Und er ist immer ein bisschen, er hinkt immer ein bisschen so hinterher, so eine gewisse Trägheitsphase, die man bei ihnen sieht. Sie ist auch jetzt so, so wie sie, so die ganzen Bewegungen. Sie ist so vital, so agil. Und er immer da ein bisschen so doch, ach, ich würde ganz gerne meine Ruhe haben wollen unter dem. Aber was genau fehlt dem Storchenmann? Ja, wir können eigentlich hier nur erstmal allgemein den Stoffwechsel anregen. Dann kommt eine Vitamin K1-Spritze. Und ansonsten müssen wir diagnostisch halt was unternehmen. Und das geht am besten erstmal übers Blut. Und da alle Werte in Ordnung sind, dann ist er wahrscheinlich irgendwie einfach ein bisschen zurückhaltender, vielleicht auch ein bisschen unterdrückt. So weiß man ja diese genau. Und dann müssen wir halt sehen, wie es weitergeht. Zurückhaltend oder ernsthaft krank? Seitdem ihm die Federn gestutzt wurden, hat sie Oberwasser. Die Untersuchung soll ans Licht bringen, welche Rolle die Storchenfrau spielt. Spielt die verrückt? Was hat sie vor? So eine Tarnäle muss man ja auch gut behandeln. Mitwirkende beim ersten Intelligenztest für den Oktopus. Da wollen wir mal schauen, was unser Kraken dazu sagt. Machen wir erstmal das auf. Das ist ein bisschen sehr sorgfältig verschlossen. Und die würden uns sonst ausreißen. Darum muss man das alles ein bisschen gut sichern, die ganze Sache. Guckt mal hier. Da kommt er schon. Neugierig wie er ist. Wir wollen mal sehen, wie geschickt so ein Kraken ist. Von Kragen ist bekannt, dass sie gerne spielen und gerne irgendwie sich beschäftigen. Wir werden mal sehen, ob er die Garnelen aus dieser Krabberflasche rausfingert. Finger ist ein guter Ausdruck. Aber da wollen wir jetzt mal beginnen. So. Geben Sie ihn jetzt rein. Tja. Star. Oder Sternchen. Die Störche. Mach uns keinen Klecks auf den Kopf. Kämpft. Mit ganz eigenen Mitteln. Ist das? Habe ich doch gesagt. Gut, dass ich damit es aufhabe. Das ist Natur. Das ist alles biologisch erbaubar. Wir hoffen, dass das Glück bringt. Jawohl. Glück kann der angeschlagene Storch gut gebrauchen. Die Blutprobe. Da brauchen wir ganz wenig von dem. Ein Serum. Vielleicht offenbart sie, woran der Storch leidet. Noch was drinne? So, okay. Alles gut. Alles gut. Dann noch ein Vitaminstoß. Macht müde Männer munter. Was soll ich? Naja. Nö. So, da kann er weg. Geh mal guter. Ja. Zurück zur dominanten Störchin. Der Professor eilt unterdessen schon wieder zum nächsten Termin. Der Krake lässt sich zahlen. Naja. Wollen wir mal abwarten. Da ist immer noch oben. Na ja. Es ist relativ lange, was oben passiert. Korrekturen am Versuchsaufbau. Ich könnte höchstens noch mal füllen. Mit einer Zange langsam runterlassen. Wenn ich ihm die Flasche gebe und ihn mit der Flasche runterziehe. ober. Das ist wirklich original. Jetzt gab es nur bis X4 eine Zange Phillipson. Wollen wir mal auf Danach hin? Mach hisかな. Wie Vater und ich ? So, da muss ich dann ein bisschen sehen. Dieser Schweizer. Also meine Zange, das interessiert ihn sehr. Die Zange ist interessant. Ja, die kann auch ganz gut festhalten. Also ist erstaunt worden, die wieder zu lösen. Da muss man schon ein bissel ... Egal was er tut, ein wirklicher Star findet immer sein Publikum. Da bin ich ja gespannt. So ein Kragen mit einer Flasche macht. Ist das ein italienischer Kragen? Dann kennt er solche Flaschen. Die liegen massenhaft im Hafenbecken. Bei Französisch hätten er doch doch lieber eine Rotbeilflasche nennen sollen. Nee, ist ja ein italienischer. Dann kommt er mit der Flasche klar. Dann muss er es kennen. Jetzt spielt er schön. So haben wir es uns jetzt vorgestellt. Ist das? Böp. Klasse, ne? Soll. Also der Anfang ist gut. Ich würde sagen, das nächste Mal weiß er gleich was los ist. Genau. Manchmal hilft auch Inspiration von außen. Die lernen auch vom Abschauen. Wenn es hier nicht selber drauf kommt, wie man dann eine Flasche entkorkt, dann kann man, wenn er hier rausguckt, ihm das eigentlich zeigen. Das sieht er schon, das nimmt er schon auf und das kann er dann auch übertragen und selber mal machen. Noch taufen? Ich würde ihn Grappa nennen, aber... Ja, warum eigentlich nicht? Ist doch ein schöner Name. Si. Bis zur nächsten Aufgabe, frönt Grappa dem Süßen nichts tun. Dolce Farniente. In Afrika, getrübte Stimmung. Die Lage bei den Thompson-Kazellen ist nicht zum ersten Mal prekär. Jens Hirmer in Sorge. Ja, wir haben wieder ein Problem mit unseren Kazellen. Sie haben zweimal im Jahr eine Brunstzeit, wo die Böcke sich bekämpfen. Und wir haben ja hier eine Bockgruppe, was ja eigentlich nicht so natürlich ist. Also es sind keine Weibchen da und die Böcke kämpfen halt umsonst untereinander in der Randordnung aus. Wahrscheinlich auch genetisch veranlagt, also da braucht kein Weibchen in der Nähe zu sein, da fangen die an. In Freier Wildbahn werden dann die Weibchen zu den Böcken kommen, also sie werden Reviere besetzen, die Größe hätten von zwei bis drei Meter. Und das machen sie ja nicht, beziehungsweise kommt das ja auch nicht so richtig danach. Also hier übernimmt einer den Chefposten und die anderen versuchen immer wieder doch vielleicht noch ein kleines Fleckchen abzukriegen. Und das klappt aber nicht und dadurch haben wir hier diese Probleme, diese Streitereien, die sich dann immer wieder hochschaukeln. Mit ernsthaften Folgen. Im Moment ist es so, dass ein von den vier Böcken hat eine Verletzung, beziehungsweise kriegt er eine dicke Backe. Das passiert bei Katzellen öfters, da gibt es spezielle Erreger, die dafür verantwortlich sind. Und dadurch ist der geschwächt, also er kann schlecht fressen, er hat natürlich Schmerzen. Dadurch hat er nicht die Kraft sich zu wehren in der Gruppe gegenüber den anderen und dadurch kommt er ins Hintertreffen. Abgeschirmt von den anderen und unter Jens besonderem Schutz, Katzellenbock weiße Ohrmarke, seine dicke Backe. Ein neuer Fall für den Professor. Ruhig, ruhig, ruhig. Ruhig, ruhig. 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 Ziel. Hektisch. Ruhig. 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 Hab ich auch Glück gehabt, aber ich sprung mich nicht. Aber in dem Moment gerade hoch sprang. Ruhig. 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 Dämmert weiße Ohrmarke schon. Was ihm gleich blüht. Bei den roten Riesenkängurus gibt's eine graue Maus. Die neue aus Hannover hat mit ihren Mitbewohnern noch nichts am Hut. Geht eigene Wege. Kerstin Tischmeier mit grünem Zeug. Lage Kontrolle. Hallo. Hallo, hallo. Ihr guckt schon, ist ja klar. Die Emu sind momentan noch drin, weil wir das neue Riesenkänguru haben. Und da wir nicht wissen, dass das Känguru reingeht tagsüber, also er hat noch nicht so am Tag die Bewandtnis da reinzugehen. Und der Emu Hahn ist halt ein bisschen, naja, anstrengend. Also für die Kängurus zumindest. Wenn er halt wegrennt, dann rennt der Emu Hahn hinterher. Und dann geht das halt eine ganze Weile. Und wenn sie halt nicht den Weg in den Stall hat, könnte es durchaus passieren, dass er aus Panik dann halt auch rausspringt. Deswegen haben wir halt noch die Flatterbänder drum. Die werden wahrscheinlich so lange drum bleiben, bis wir halt, bis sie halt alle anderen neu gewöhnt sind. Also die Emus mit auf der Anlage sind, wenn alle Kängurus draußen sind. Integration. Für die Graue nicht einfach. So ohne Namen. KN30, Kerb Nummer 30. Nein, sie hat noch keinen Namen. Momentan noch nicht. Also hat nur ihre Kerbe im Ohr. Und wir sagen halt immer nur graue, rote, riesen Känguru. Aber KN30 hat noch einen Trumpf. Im Beutel. Na, ich hatte Anlage schön gehabt und immer so getan. Ich seh dich nicht, ich seh dich nicht. Und konnte dann so relativ nah ran. Und sie blieb auch lange sitzen. Und dann hab ich lange beobachtet. Wir haben es angenommen, weil ja schon eine Wölbung vorhanden ist. Und dann hat es richtig gezappelt. Also schon richtig agil. Und die graue, rote ist nicht die einzige Schwangere. Hallo, hallo. Na, ihr Mäuse. Ja, jetzt bewegt ihr euch, hm? Jetzt bewegt ihr euch. Na, und da bewegt sich's im Beutel. Das ist die Frauke. Unser ältestes weibliches Tier. Und wie man schön sehen kann, wackelt's auch bei ihrem Beutel. Das Jungtier ist schon relativ groß, wie man sieht. Wir wollten ja eigentlich auf den Tag, wenn's dann mal mit dem Köpfchen rausschaut. Wir gucken auch immer schon mal. Und das andere jüngere Weibchen, die Hummel, hat ebenfalls was im Beutel. Also wir haben jetzt drei rote Riesenkänguru-Weibchen, wo was im Beutel ist. Und wir hoffen, dass alle drei auch erwachsen werden. Ein fruchtbarer Boden. Musik Also, Schwangerschaftsgymnastik. Ausreichend Bewegung an frischer Luft und gesunde Ernährung. Macht doch gemeinsam mehr Spaß. Weiße Ohrmarke träumt gleich von besseren Zeiten. Der Professor will alles tun, damit der kleine Bock bald wieder große Sprünge machen kann. Der ist weg. Der ist weg. Ein einschneidender Eingriff. Ja, das ist also dieser Abszess, der sich entwickelt hat. Und da wird jetzt das Operationsfeld sozusagen entharrt und desinfiziert. Und dann müssen wir mit dem Skalpell aufschneiden. Aufschneiden. Oh Backe. Sieht so aus, wie wir es erwartet haben, oder? Sieht so aus wie Vanillepudding. Nur nicht so appetitlich. Gefährliche Keime haben weiße Ohrmarke stark zugesetzt. Die Keime sind offensichtlich bei den Tieren immer vorhanden. Und unter bestimmten Bedingungen, der Resistenzschwächung, können die sich massiv vermehren und die Entzündung ersetzen. Und wenn dann Stresssituationen entstehen, dann kommt etwas vorkommen. Alle Fälle ist hier schon im Bereich des Knochens eingebrochen. Bis auf die Knochen. Den kleinen Bock hat es voll erwischt. Geht das sehr tief? Ja, es geht ziemlich tief, ja. Es geht sogar unter den Zahn. Aber der Zahn sitzt selber noch fest. Ich sehe da, was wir schon hatten. Das hat diese schlimme Erinnerung. Schon mal haben Rahmkämpfe unter den Gazellen Opfer gefordert. Ich weiß, mit der Klaue das selbst raus. Da steht schon die Chance, dass es aushält. Aber wir haben bislang nicht so gute Erfahrungen mit dieser Geschichte gemacht. Wenn sie einmal so weit geht, wie jetzt, sind die Chancen relativ schlecht. Schlechte Nachrichten. Weiße Ohrmarke. Ein neues Sorgenkind, das regelmäßig behandelt werden muss. Vielleicht ist der Schlaf ja heilsam. Trotzdem, der Gazellenbock war noch nicht der letzte Patient für heute. Denn auch die Familie der Weißnackenkraniche hat einen Arzttermin. Doch freiwillig geht da keiner hin. Wir sehen so, dass wir alle drei auf einmal kriegen. Da ziehen wir die Überhandlung kurz und knapp durch. Weil wenn ihr einen habt, dann muss der Zweite den ein bisschen mithelfen beim drunterpacken. Beim Halten. Und dann ist er im Prinzip wieder befreit. Wie es passt. Wir gehen in Kette und wie es passt. Nicht. Ganz ungefährlich. Es muss also ziemlich zügig gehen. Und wenn man dann zugreift bei den Tieren, dass man erstmal an den Selbstschutz denkt. Den Schnabel ausschalten. Dass man nicht gehackt wird. Und auch die Beine, die können eben gut springen und auch treten mit ihren Beinen. Und die Krallen daran sind schon messerscharf. Also dort irgendwo im Mittelingen zu finden zwischen Schutz des Pflegers und Schutz der Gesundheit des Tieres. Wie weit sind wir, Frau Veterinärassistentin? Diesen Termin macht Christa allein. Der kleine Kranich. Muss heute am meisten einstecken. Der bekommt jetzt seinen Transponder gesetzt. Der ist jetzt also groß genug. Der ist jetzt acht Monate alt. Am 5. März ist er geschlüpft. Und war eigentlich immer so ein bisschen unser Sorgenkind. Schon die ganze Zeit. Wir haben den also laufend unter Kontrolle gehabt. Und ist auch nachweislich, sind auch Würmer nachgewiesen worden. So bekommt er dann auch noch ein Wurmmittel gespritzt. Und dann natürlich noch für sein Immunsystem, für seine Abwehr noch ein paar Spritzen. Erstmal geht alles hinter mir her. Ja, die wissen schon, was abgeht. Kette aufmachen. Mach's am Zahn vorne zu. Und ruhig. Die Neuankömmlinge. Abgeschottet. Im Hinterzimmer der Pinguinanlage. Zur Eingewöhnung. Schau, 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 schau. Steffen. Trifft seine neuen Schützlinge. Zum ersten Mal. Auf dem ersten Glück sehen sie alle gut aus. Da sieht's natürlich, da sind vier Tiere dabei, die sind halt noch im Jugendgefieder. Das heißt, die sind noch etwas jünger. Und fünf Tiere dabei sind schon etwas älter, also sie sind schon ausgefärbt. Also das sind natürlich noch ein bisschen scheu, ist klar. Neue Umgebung hier, neuer Tierpfleger. Aber so machen sie eigentlich einen guten. Die neuen Schwaben. Ein willkommener Zuwachs. Wir haben ja bekanntlicherweise doch einige Pinguine verloren die letzten Jahre. Erst durch Wuchs, durch Krankheit. Und so viel Nachziehen können wir halt nicht. Dieses Jahr haben wir ja bloß ein Jungtier leider. Und deswegen haben wir uns überlegt, was wir noch machen. Und ja, da bleibt jetzt nicht weiter anders übrig, als wirklich voll das Gute da reinzukriegen in der Gruppe. Und auch bei unserer Gruppe ja, wie gesagt, wir haben bis zu 16 Brüllenpinguine. Das ist doch ein bisschen wenig. Und ja, jetzt haben wir neue Pinguine hier. Und dann haben wir insgesamt dann wieder 25 Pinguine. Und dann haben wir mit denen zusammen hier. Und das ist wieder schon eine große Gruppe. So, und dann müssen wir mal probieren, wie sie jetzt fressen. Habt ihr Hunger? Wollen wir mal versuchen, was was fressen. Hi. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ja, 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 ja. Noch ist alles fremd. Wie gesagt, noch ein bisschen scheue. Aber ich denke, das wird sich bald geben. Kommt mal her zu mir. Na ja. Oh ja, komm mal her zu mir, komm. Kommt mal her zu mir, komm. Kommt mal her zu mir, komm. Wollen wir den Fischmann ins Wasser schmeißen, wie es da aussieht. Weißt du denn da wenigstens? Na, das hat doch ein bisschen verstört, ne? Na, das ist aber auch ganz normal. Ich bin umdurch jetzt ein neuer Pfleger wieder für die. Und dann müssen wir sich auch erstmal an uns gewöhnen. Das ist ja genauso jetzt, wenn es kommt mit Leutens, Das sind Lehrlinge, die zum ersten Mal auf der Anlage stehen. Dann haben die Pinguinovas mal alle ab. Na, komm mal her, komm. Hallo, hallo, hallo. Es bringt das nicht, auf Krampf was zu machen. Ich werde jetzt noch einige Fische ins Wasser reinschmeißen. Dann würde ich die erst mal in Ruhe lassen. Ja. Sich ganz in Ruhe mit der sächsischen Küche vertraut machen. Und vielleicht auf den Geschmack kommen. Einer zu mir. Der Kleine muss als Erster dran glauben. Vorsicht, Elke, die kommen. Aber auch die Erwachsenen. Gegen Frank? Keine Chance. Klemmt um den Arm. Hast die Beine? Okay. Zu Christa. Nicht die Nasen da schon mal zuhalten. Das muss man nebenbei noch ein bisschen können. Der Transponder. Für wichtige Daten unterm Gefieder. So klein ist der. Gut. Klein ist in dem Moment relativ. Es ist die Frage, ob man der ist, der einen gibt und der einen bekommt. Und das alles vor den Eltern. Ach gut, das ist gut so. So, jetzt ist er drin. Der rutscht unter dem Arm nicht vor. Wenn er gut ist, sagst du Bescheid da. Sortier mal nach. Jetzt kriegt er noch seine Spritzen. Warte. Vielleicht noch mal in die Brust. Kannst du mal ein bisschen hochhalten? Ja, und deine Hand ein bisschen noch zur Seite. Sonst nicht, dass ich dich steche. So. Ach nee, jetzt geht's noch weiter. Tupferproben. Zur Virusuntersuchung wollen wir jetzt noch mal einen Rachentupfer nehmen. Das zu aviren, Influenza-Viren werden da untersucht. Der ist jetzt fertig. Bring mit. Richtig runtersetzen. Oh, ich kann es loslassen. Ich kann es los. Manchmal noch das Problem, dass die Kreislaufprobleme bekommen. Beim durchplötzigen Aufstehen. Deswegen sind wir hinterm Teich gegangen. Dass das nicht in den Teich fällt. Wenn der Hirn nochmal einen kleinen Schwächeanfall kriegt, ist das nicht so schlimm. Wurmkur für die Großen. Die Stelle ist, glaube ich, ganz gut. Tut's weh? Nee. Oder? Ein bisschen, ha? Also bei mir nicht. Okay, gut. Erlöst. So, jetzt haben wir alles. Das ist gut gegangen. Sind alle wohl auf, hat auch keine Probleme. Wir hätten beim Fangen ein bisschen schneller sein können. Das machen wir beim nächsten Mal. Ja, ja. Doch, nur keine Eile. Nichts los bei den Mähnenwölfen. Doch dann ... Hi Babys. Jetzt gibt es was zu essen. Endlich. Die Mähnenwölfe, die kriegen jetzt ihr Futter. Heute ist ja Kückentag. Also die kommen nicht ganz so einfach an die Küken ran, sondern die kriegen die in diesen Wäschekorb hier. Und dann habe ich gekriegt. Dann mache ich, also die schütte ich dann rein. Ich will das aber im Wolfsgehege fertig machen. Ganz einfach, dass die Tiere erst mal sehen, es gibt heute schon Futter nicht irgendwie bloß einen Korb. Und die müssen sehen, dass sie das selber öffnen, diesen Korb. Ja, da, schau her. Keine Angst haben, dass nichts Schlimmes. So, pass auf. Guck mal hier, passt mal auf jetzt schön. Oh, pass auf schön. Genau. Da, schaut mal. Gehen wir mitgucken. Bitte fix. Na, das ist fein. Na, komm streng an, Digger. Na dann, husch. Husch ins Körbchen. Ob die Mähnenwölfe zu ihrer wohlverdienten Mahlzeit kommen? Das erfahren Sie in der nächsten Folge. Außerdem erster Leipziger Härtetest für die Schwaben. Und neues von Grappa. Tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Elefant, Tiger und Co.